Eine wunderschöne liebe Leute, wir müssen wieder reagieren und zwar diesmal zu Soul Dead Ascendant. Das Ganze wird wieder zur Verfügung gestellt von Slam Worldwide. Let's go! Okay. Boah, was ein Headbanger am Anfang direkt. Nice. Alright, I'm pumped. Let's go! Oh, schöne Beats. Die Spannung steigt. Bin sehr gespannt. Oh yeah! Oh yeah! Wow! Okay, wir gehen ein bisschen höher mit der Stimme. Sehr schön. Okay, wir gehen ein bisschen höher mit der Stimme. Sehr schön. Sie sind super jung aus der Sänger. Oh, let's go, dude! Okay, etwas ruhigerer Part. Bin mal gespannt, was dann da jetzt kommt. Ich hoffe, ich habe immer sehr auf Breakdowns. Sehr schön. Das ist ein sehr schöner Part tatsächlich. Sehr fliegen, glaube ich. Ja. Das ist ein sehr schöner Part tatsächlich. Sehr fliegen, glaube ich. Schöner Riff auf jeden Fall. Sehr nice. Schöne... Schöne Beats vom Schlagzeugkrippung. Das ist so gut. Schöner Groove. Nicht so viel. Ist genau richtig. Schöner Groove. Nicht so viel. Ist genau richtig. Ah, das fühlt sich schön. Ich teile mir. Ja, Mann. Sehr schöner Song. Sehr, sehr geil. Ist irgendwie so ein schöner Feierabendsong irgendwie. Sehr geil. Ein bisschen entspannt sogar. Schön zum Headbang einladend. Gefällt mir. Sehr gut. Schöner Song soldat. Immer weiter so. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Descendant war das. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.